Aldemar HD Toll Hey Hier ist der Aldemar mit mein Freund Pedro. Aufwachen! Zeit zum Aufstehen Schlafmütze Los gehts! Ein Spiel das ich schon länger im Blick hatte und jetzt können wir loslegen. Pedro! Hey! Entspann dich, Mann! Ich bin's nur! Pedro, dein Freund! Pedro, Pedro Dich hat's ganz schön umgehauen Alles in Ordnung bei dir? Das ist eine Banane? Ich spreche mit einer Banane? Wie viele Finger halte ich hoch? Apheresis Verschütten wir einfach von hier, wo auch immer wir sein mögen Also, wir reden mit einer Banane. Umsehen! Springen? Spielen denn irgendwie an Mad Max? Uh! Muss ich jetzt da hoch oder muss ich nach links? Oh, die Kartons! Kann ich hier auch platt machen? Pirouetten kann ich auch zählen! Wuuu! Okay, los geht's! Missy, die Tür ist verschlossen! Vielleicht gibt's ja einen anderen Weg hier raus! Also, wenn ich nach oben drücke, mach ich Pirouetten, okay! Ah, hier oben, siehste! Ah! Sieh mal an! Versuche mit Wand springen nach oben zu kommen! Prima! So funktioniert's! Äh, sowas von verantwortungslos! Irgendein Vollfassner hat seine Pistole einfach rumliegen lassen! Wenn jetzt ein verrückter Vorbeikammer in den Blutball anrichten würde! Hehehe! Hehehe! Ich glaube, wir können dieser Luftdurchschacht entkommen, okay! Und jetzt? Schieß drauf! Yeah! Okay, los geht's! Ah! Ich werde es nicht erklären, ihr werdet es sehen, was man hier macht! Cool! Also, ich bin immer gut, wie man das macht, in dem Trailern sich zu drehen! Und zu ballern! Ah! Oh Mann! Das ist Mitch, der Wetzker! Sein Fleischer betrieb den zur Tarnung! Für den Schmuggel unerlaubter Feuerwaffen! Das Fleisch stammt meistens von Ratten, Tauben oder irgendwelchen Leuten, gegen die sie was hatten! Äh! Vermutlich erklärt das, äh, wie er hier gelandet ist! Hey Boss! Heute Nacht ist es ruhig da draußen! Unterbrich! Unterbrich mich nicht bei der Arbeit, du Schwachkopf! Ist die Lieferung fertig? Äh, sie ist fast fertig! Verdammter Faunpilze! Äh, verdammte! Denen zeig ich, was passiert, wenn sie rumtrödeln! Mach dich nützig und bereite die jämmerlichen Fleischstackkeller vor! Äh, Er kommt hier lang. Du musst ihn ausschalten. Bereit? Oh yeah. Jetzt muss ich wohl alle töten, sowas auch. Da komm ich nicht hoch. Oh, gefällt mir. Kann ich doch irgendwas anderes aufheben? Nee, ne? Er hebt das glaube ich von selbst auf. Oh, ich hab ihn getroffen. Scheiße. Hast du Wasser getrunken? Du wirst nicht ganz frisch. Komm ich nimm dich an meinen besonderen Ort und bring dich wieder auf Vordermann. Gehen verschwinde ich, wenn du mich nicht sehen kannst. Jetzt lass mich dir etwas zeigen. Halt still. Siehst du das? Wenn du dich konzentrierst, ist das, als würde die Zeit verlangsamt. Und mit Konzentration kannst du Saltos machen. Versuch's mal. A, D, Leertaste, Salto. Linker Huscheltaste. Ist das cool. Ist das cool. Okay. Wunderbar, bereit für den letzten Trick. Solange du zwei Waffen hältst, kannst du getrennte Ziele anvisieren. Zerschieß mit dem, äh, diese beiden Vasen, indem du getrennte Ziele anvisierst. Äh. Halte auf Zeit, wenn du den Wechseln umschalten. Warte mal. Ah, okay. Das ist auch ne gute Idee. Klasse. Du bist ein echt übler, äh, du bist eine echt übler Art Schrittmaschine. So waren wir. Oh, so waren wir. Okay. Also. Oh, scheiße. Ich hätte mal vorher nachladen sollen. Hehehe. Ich mach die Musik kurz ein Ticken leise. Ist ja ganz gut, aber. Ich will mehr Peng Peng hören, als Wiu, wiu. Okay. Ah, töten und ballern. Genau so was will ich. So, okay. Da ist einer. Oh Mann, was hab ich denn hier gemacht? Das sind ja alte Mafiosis oder so. Okay, ich muss erst mal hier reinkommen. Oh Mann, ich muss erst mal hier reinkommen. Okay. Ich brauch ne Schroffel. Oh, zieh. Ich will Mac, Mac 10 haben. Gesundheit voll. Okay. Okay. Sehr schön. Guck mal, die Mütze liegt da noch. Bist du sicher? Das war, äh, dass du weißt, was du da tust? Entspann dich. Diese Geschütztürme erzählen sich praktisch von selbst. Du nimmst bloß das Ding, tust da rein und dann... Ach du Scheiße. Also drehen ist ausweichen. Okay, das ergibt natürlich mehr Sinn. Brauch ich ja nur noch ausweichen. Wie anmutig. Ich danke dir. Ich bin sehr anmutig. Okay. Scheiße, das gibt's doch nicht. Oh, diese blöde Leiche. Wir haben den ganzen Tag auf die Leiche geschossen von dem Typen hier. Ich werde nur noch Pioretten drehen. Ich will immer W drücken zum Springen. Mystery Beat. Oh ja. Das ist ganz dumm. Level abgeschlossen. Sehr gut. Was? B für Boah? Guck mal hier. Kann ich twittern? Speichern und twittern. PIN eingeben? Oh. Na gut, Twitter ist gerade nicht so. Speichern als GIF. Das geht nicht. Okay, fortsetzen. Der schnellste Weg von Autorn führt durch mit Edelrestaurant am anderen Ende dieses Gewerbegebietes. Okay. Mist. Oh, ich hätte dich mal ducken sollen. Ach, du gehst wieder runter. Figaro. Oh, das sieht so stylisch aus, wenn dein Ball der Richtung ballert. Oh, du musst mir jetzt hin. Achso, hoch. Geil. Der ist tot. Okay, dann kann ich jetzt nicht durch. Okay. Famous. 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 Okay. Komm schon, das geht doch. Na gut, dann nicht. Und hoch. Das sind alles alte Männer. In Adidas-Anzügen, so wie das immer ist. Trennte Ziele anzuisieren. Ja, ich weiß. Und weiter. Er wird abgeschlossen. Oh, das ging mal jetzt schnell. 20 Kills. B für Bravo. Das gibt's doch nicht. Das sieht so aus. Das ist aber doch nicht würdig. Irgendwann werde ich twittern. Ihr werdet es sehen. Ja, ich hab auch Twitter. Kommt vorbei. Folgt mir. Sowieso zu wenig Follower. Ich bin wieder ein bisschen aktiv geworden. Hab ich mir vorgenommen. Oh, cool. Ich kann sogar mehrere Doppelsprünge machen. Oh, ich dachte, er sieht mich noch nicht. Ist der tot? Ja, ich glaub, er ist tot. Ich bin wieder. Äh, bin ich verwirrt. Achso. Bist du schneller ich bin, desto mehr Punkte gibt's, huh? Okay, okay, ich hab's schon kapiert. Aua. Macht's gut, Opa. Oh, jetzt kommt die Ziel, äh, warte mal. Geht doch. Amen. Frohe Leichnam, ihr Lappen. Oh yeah. Das sah cool aus. Frohe Leichnam. Warum lag da ein Toter? Was ist das denn hier? Achso! Volle Deckung! Ach, das geht auch! Das ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Ich kann auch treten? Hä? Eheheh! Das sieht aus wie ne Ballerina, nur mit Pistolen. Hup. Prima. Level abgeschlossen. Gefällt mir. Nie gestorben. Spreche ich ja auch ab. Mal gucken. Leute, das war meine erste Folge von, äh, die Banane. My Friend Pedro. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Ja, wie viel wir spielen, weiß ich noch nicht, wie wir es sehen. Also, bis dahin, wie immer, haut rein, nicht vergessen. Hat es euch gefallen? Abonnieren, Abo dalassen oder, äh, beides geht bestimmt. Und kommentieren ist auch super. Daumen dalassen. Haut rein, Leute. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020